Wenn ich in der Früh aufstehe und aussehe, in Stolklein gehe, dann spür ich voll Freude meiner Wun, war wohl noch, dann spür ich. Also, bei einem Mann würde doch nie wer die Verwechslung von Penis und Hohen einfach so hinnehmen, oder hast du, bei deinem Mann, schau mal, Spatzel, wie mein Sackerl verletzt hat. Yoli, 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 yoli,arz, Franz Kraft! Da unten, da ist ein Ort, still und versteckt, an dem ich schon sehr lange nicht mehr gewesen, Lass mich's wieder sein, lass mich schreien, ich hab ein Bauchweh, ich muss mich wehren. Lass mich granteln, lass mich pläten, das ist meine Kraft, ich hab sie gern. Hallo? Ist da jemand? Ja, der herfes, hold mit surat, festernacht, gesternacht, hepatitis, hold mit surat, festernacht, gesternacht. Trieb bei Syphilis, hör mal auf, da steh ich nicht drauf. Natürlich darf man nicht glauben, dass unser Schöpfer die Hälfte der ganzen Spezies absichtlich unvollkommen, und wie es der Fall ist, verstümmelt geschaffen hätte, wenn ich in solch einer Verstümmelung irgendein großer, großer Vorteil lege. Bei einem Hexenprozess im Jahre 1593 entdeckte der untersuchende Scherges ein verheirateter Mann, offensichtlich zum ersten Mal eine Klitoris, und identifizierte sie als ein Teufelsmahl. Sicherer Beweis für die Schuld der angeklagten Hexe. Seit zwanzig Jahren bin ich verheiratet, und bin auch ohne dir gern mal feiert. Mit Nachbarinnen bei Tupperware-Partys, die Weiber dann recht freindlich, aber glaubts, mas, vad ist du? Obst, holleri, du lio? Hoiit'n draai, 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 ho, du lio? Ran um i g'scheit. .